Ja, so sieht es bei uns jetzt gerade aus. Den Fernsehturm da hinten kann man nicht mehr sehen. Und ich bin gerade dabei, mein Armband zu reparieren. Da ist die Schnalle hier abgerissen und jetzt nähe ich das noch mit ein Stückchen Ersatzleder, mit der Lochzange gelocht und jetzt nehme ich die Leckennadel und versuche mir das da irgendwie auch zu nähen. Hartnäckig Ich habe es nicht ganz gekriegt. Naja, auf jeden Fall. Eine schöne Rakete, die sehr zuverlässig ist. Die soll jetzt wieder weiter gehen. Naja, das ist ein kleines Update gewesen von meiner Seite, was man so im Lockdown alles macht. Also ich wünsche euch alles Gute. Einen kleinen Indizid-Check quasi. Das habe ich gerne am Gürtel. Ganz kleines, aber scharfes Scandi. Damals ein Wolkenfinger und ein Traumtänzer suchen wir es. Und tschüss. Ich bin sehr, ich bin sehr, sehr benötig. Ich bin sehr, sehr schön.